Das Hotel Zoll Don Pablo liegt in Tore Moinos in Costa del Zoll. Das Hotel Zoll Don Pablo ist beliebt unter den Gästen, 89% empfehlen das Hotel weiter. Das Hotel hat eine sehr gute Bewertung. Die 174 Gäste die das Hotel bewertet haben vergeben durchschnittlich 5 von 6 Sonnen. Nun die Bewertungen im Detail, Lage und Umgebung. Eine gute Lage zeichnet sich durch die Einkaufsmöglichkeiten in der Nähe, gute Verkehrsanbindung, Bars und Restaurants um die Ecke sowie Entfernung zum Strand aus. Das Hotel bekommt für die sehr gute Lage eine Bewertung von 5,4 von 6 Sonnen. Zimmer, Sauberkeit, häufiger Wäschewechsel, gute Ausstattung wie Fernseher und Balkon, das macht ein sehr gutes Zimmer aus. Die Hotel Gäste sind sehr zufrieden mit den Zimmern und vergeben 5,2 von 6 Sonnen. Hotel allgemein. Die Gäste geben dem Hotel für den Zustand allgemeine Sauberkeit sowie Freundlichkeit des Personals eine sehr gute Bewertung von 5,1 von 6 Sonnen. Sport und Unterhaltungsprogramme. Die Gäste sind mit dem Angebot an Sport und Unterhaltungsprogrammen sehr zufrieden. Das Hotel erhält in dieser Kategorie 5 von 6 Sonnen. Gastronomie. Die Hotel Gäste sind sehr zufrieden mit den kulinarischen Angeboten des Hotel und vergeben 4,9 Sonnen von 6 Sonnen. Service. 4,8 von 6 Sonnen erhält das Hotel für den Service. Dieses spiegelt den guten Service des Hotels wieder. Das waren Informationen zu der Lage, Service und Ausstattung des Hotels. Angebote und weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie dem Link unterhalb des Videos folgen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank.